Ich bin so weit Okay, das X markiert den Ort Wie so oft Hallo Onkel, ich bin so weit Können ganz final Wirklich nach Rom reisen, nach Nomen genau Dann auf nach Rom 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 Rom, Blut, Blüte, En, Se, Jan Schalalalala Schalalalala Ich weiß gar nicht mehr wie lange das noch dauert, aber ich denke in dieser Session könnten wir fertig werden Rom 1499 Wieder ein paar Jahre vergangen, aber Keine Ahnung Sieht cool aus Sixtinische Kapelle infiltrieren und Rodrigo Borgia den Spanhelmini Machen wir das doch Den Vatikan betreten Okay, hier können wir nichts mehr machen Das ist halt das letzte Abendmahl, was? Aber du bist doch nicht Jesus Nein, aber keine Ahnung Wir sind im Finale angekommen Hier irgendwie rein direkt Okay, dann muss ich rauf klettern Wie so oft Sie klettern wohl irgendwo rauf Muss nicht das erste Mal sein Wurde nicht das letzte Mal in dieser Reihe Oder in diesem Teil Weiß er schon Ähm, dann Komm Ich möchte gerne, dass du da Oder kannst du da nicht Kannst du da nicht da hin Nach rechts So Okay Okay Geh auch schon hin Sind ja keine Du Idioten Oder bin ich das doch? Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Okay Weiter rauf hier Ich frage, ob wir gesehen werden dürfen Sollte uns daran hindern Gesehen zu werden Ich weiß nicht, was daran blüm ist Wie Wem konnte er jetzt bitte Bescheid sagen Dass wir das waren? Dass ich da ein rotes Ding jetzt bekommen habe? Ist doch direkt gestorben Keiner hat eingegriffen Also haben sie es nicht gesehen Ich meine, macht das alles keinen Sinn Oder der zum Beispiel Was will der denn Bringt ihm das denn nicht zu sehen? Stirb, du Hund Der Einzige, der stirbt, bist du Du Hund Okay Ich bin gar nicht da Ich glaube, ich bin da Okay, dann kämpfen wir Flieh doch gar nicht kämpfen Kämpfen um euer Leben sozusagen Der Ruhm gebührt mir Dem großen Assassinen-Töter Achso, du weißt, dass ich ein Assassiner bin Aber Ich wirst ihn nicht töten Stirb doch, du Assassinen-Töter Zeig doch, was du kannst Ach, nichts kannst du War mir klar Das ist ein Niemand Wie deine Kollegen Alles Versager Schlaf gut Ich sag ja, wie deine Kollegen Was ist hier draußen, Bum? Nö, das sind der Stacheln, okay Akzeptiere ich Wenn du da nicht klettern willst Könnte mir ein bisschen wehtun Wer weiß das schon Ich will mal eine Rauchbomba einsetzen Dann würde ich mal ein bisschen Gift einsetzen Und dann Mache ich dir das zu Ah, der Rauch ist eigentlich ganz praktisch In der Zeit kann man die locker abschlechen Wenn die aber Hüßeln sind Hüßeln Ah, die sind ja nur vergiftet Da wissen sie nicht, was sie machen Die sterben Das weiß ja jedes Kind, dass sie da sterben Jetzt hätte es auf mich gewartet Aber hat es ja auch Ich bin kein Bastard, aber danke Schließ die Tore Haltet den Einbringling Haha Schnell genug Hoho, ja, einfach an mir abgeprallt Schimpf nicht Niemand knüpft mich auf Okay, das ist ein bisschen Fehler Da könnte so eine Rauchbombe ganz gut sein Das war gleichzeitig Die meisten Also ein Tage Ich bin nicht vergiften Ja, kann ich Aber das bringt doch nichts Was war das denn gerade Back, bleib back Ich habe aber leider keine Rauchbombe mehr Das ist schon ganz praktisch Nein, eher ihr Kannst du auch mal sterben Ich halte voll viel aus Warum stirb doch endlich Ihr sollt sterben, habe ich gesagt Genau wie dein Kollege da gerade Ich muss noch das Tor öffnen Damit ich mit dem Ferdinand weiter kann Nun gut Nun gut Wie es auch immer Es da weiter geht Was war das denn Hat keiner gesehen Nein, hat keiner Viel verdammt Nein, ich bin ein Assassiner So sollte ich mich auch verhalten Tschö Trottel So ein Trottel Gehen wir mal ein bisschen runter Da fühle ich mich beobachtet Runter Oder jetzt runter hier Okay Ich kümmere mich einfach um alle Ich müsste ja die Leute ein bisschen Ein bisschen dezimieren möchte ich dir Wir können aber ein bisschen mehr Waffen einsetzen Dafür hören wir sich Im egal, was du sagst, du bist tot Tote Leute sollten nicht reden Geh dich Irgendwas zu sagen, bevor du stirbst Leider nicht anders, okay Und da kommt wahrscheinlich hochgelaufen Das wäre ganz nice Ja, die würde ich eigentlich nicht verfolgen Ja, die würde ich eigentlich nicht verfolgen Die sind auch sehr intelligent, die Wachen Intelligent, aber Das meine ich ja nicht wirklich ernst Das hier nicht Na, die sind ja eigentlich total dumm Dumm wie Brot Dumm wie eine Wache nur sein kann Hä, was ist da passiert Was ist da passiert Oh, egal Da ist irgendwas passiert Oh Gott Okay, dann muss ich doch noch den Brauchbombe einsetzen Es stirbt Ich finde, wie es geht Dicke nicht, komm Ach, verdammt Okay Okay Damit geht es ja doch ganz schnell Stimmt Egal, ob ich rot werde Vom Gesuchtheitsbalken Ja Vom Gesuchtheitsbalken Nicht vom Gesuchtheitsbalken Vom Wanted-Status Unentdeckt bleiben Okay Alles klar, dann bleibe ich unentdeckt Dann bleibe ich doch unentdeckt Die Gruppe werde ich wahrscheinlich brauchen Wenn ich die Gruppe hier rauslassen würde Gut, das ist ja auch die Wansa anstatt Brauche ich denn ja nicht, damit ich meine Ruhe hier habe Habe ich den schon mal gesehen? Wie entgehe ich den? Ich habe ja keine Gruppe, die auch wandert Gute Frage Gesundheit Was glaubst du, wo der herkommt? Den Gorgio eliminieren Unentdeckt zu werden Okay Das würde der da hinten sein Der jetzt Papst anscheinend ist Ach und da wollte ich gar nicht Gut, dass wir das unser Geburt haben, dass wir ein Phonomen erreichen können Stürmer, Papst, oder wer immer du bist Stürmer, Papst, oder wer immer du bist Das war's für mich Rundern Das war's für mich Rundern Und unterdessen zu werden